Ja erstmal hallo zu einer neuen Folge unseres Modern Koi Blocks. Heute sind wir an einem ganz exklusiven Ort und ich sage Ihnen, da dürfen nur wenige her. Und zwar sind wir bei Olli im Garten. Und Olli ist kein normaler Typ, kann man auch sagen. Olli ist speziell in allem was er tut. Und vor allem ist er eins, er ist extrem. Und drüben hat er die abgefahrenste, abgeirgendwasste Genesis-Anlage, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und zwar, wir zeigen Ihnen jetzt gleich mal zwei Prototypen des Endlosbandfilters, die ja bereits seit eineinhalb Jahren im Testen ist. Wir zeigen Ihnen zwei von den Evo Brush, von den sensationell guten Bürstenfiltern von Genesis. Und wir lassen uns von Olli erklären, wie seine Filteranlage funktioniert. Ich kann Ihnen sagen, das wird sogar alteingesessene, eingefleischte Technikfreaks in Staunen versetzen, die eigentlich denken, sie hätten schon alles einmal gesehen. Das, was Olli hier macht, ist einfach der technische Overkill. Aber das lassen wir uns jetzt einfach von Olli erklären und sind da einfach mal gespannt, was er uns zu sagen hat. Ja, hallo, das sieht natürlich aus wie eine Messianlage hier. Man muss dazu sagen, dass ich in letzter Zeit so oft umgebaut habe, weil Micha Rupp immer mit irgendwelchen Neuigkeiten kommt, die ich natürlich sofort haben muss. Von daher, irgendwann habe ich dann angefangen, es gar nicht mehr irgendwie Häuser drüber zu bauen oder Gartenhütten oder sonst irgendwas, sondern es steht jetzt so da, wie es da steht. Sieht sich wunderbar schön aus, ist aber effizient, wie ich euch gleich zeigen werde. Und alles ein bisschen zu viel. Zu viel Pumpenleistung, zu viel Filter, zu viel Biomasse. Aber, ja, wie man weiß, zu viel gibt es beim Keu nicht. Und ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Fangen wir oben an, beim Endlosbandfilmen? Komm mal mit. Also für alle, die das interessiert, die Szene wartet heiß darauf, bis dieses Wunderwerk der Technik endlich auf den Markt kommt. Olli darf ich es jetzt in der Weltuuraufführung erklären. Eine Sekunde. So, wir haben jetzt hier einen gepumpten Endlosbandfilter. Wird auch in Schwerkraftversion rauskommen. Ist bei mir aber nicht umsetzbar, weil ich nicht schon wieder buddeln wollte. Wir sehen hier eine gepumpte Version. Im Endeffekt setzen wir das Filtervlies von den bekannten Genesis-Filtern durch ein Gewebe, das praktisch wie bei einem Trommelfilter auch gespült wird. Der gleiche Effekt wie beim Genesis-Filter, beim Fließfilter ist das Wasserrad. Dreht sich das Wasserrad überlaufen. Dreht sich das Gewebe mit. Wie man jetzt sieht. Ich werde es mal ein paar mal machen. Kann man es besser erkennen. Und ab einem gewissen Niveau, dass ich jetzt mal manuell auslöse. Achtung, Martin, es spürzt. Zack. Jetzt wird das Gewebe gespült. Das ganze wieder ohne Strom, wie gehabt. Das einzige was man braucht. Die ganze Mechanik, alles auslösung. Genau. Auslösung, alles mechanisch. Kein Stromanschluss wird gebraucht. Das einzige was man braucht, ist ein Wasseranschluss und ein Druckerhör, wie wir es hier haben. Und zwar praktisch kommt da der Wasserbruch rein und man braucht einen konstanten Druck von, jetzt haben wir gerade, 5 Bar, um das Gewebe zu reinigen. Hast du schon erfahren, wie viel Wasser man am Tag braucht? Der Wasserverbrauch ist wirklich sehr, sehr gering. Und dadurch, dass man sowieso Wasserwechsel beim Kohlteich machen sollte, kann man den im Endeffekt gleich damit nutzen. Also das Wasser wird ja nicht sofort alles weggespült, sondern ein Teil davon geht wieder in den Teich. Der Wasserverbrauch ist minimal. Michael Rupp hat mir mal erzählt, dass es mit 100 Liter am Tag abgegolten sei. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Fütter man, wie viel Fisch hat man. Okay, dann brauchst du ca. 30.000 Liter am Tag. Ich finde keinen Maßstab, aber das ist wirklich das kleinere Übel. Gartenwasseranschluss mit Schmutzwasser befreit und dann ist das eine günstige Angelegenheit. Man muss keine Flies mehr wechseln. Und vom Lärm? Lärmbelastung können wir gerne gleich mal zeigen. Man darf nicht vergessen, bei mir stehen die Filter frei. Also natürlich ist es auch im Winter besser, wenn etwas drüber gebaut ist, ein kleines Gewächshaus oder eine Gartenhütte, dass er nicht ganz im Freien steht. Das wird bei mir dann auch irgendwann mal kommen, aber wie gesagt, weil wir es so oft umgebaut haben, ist er für meinen Geschmack absolut erpräglich. Wir können es mal vorspielen. Es ist ein geschlossener Zustand, praktisch nicht zu hören. Was wir jetzt am Platschern hören, ist jetzt... Kannst du jetzt mal einen Spielvorgang auslösen? Kann ich machen, ja. Also das kann ich bestätigen, das ist wirklich leise. Da ist ein 14. Eichhörnchen lauter. Das kannst du mal machen mit geschlossenen Deckeln, wenn wir schnell genug sind. Achtung! Nicht hörbar. Und vor allem kein unangenehmes Geräusch. Weil oft kennt man ja von Trommelfiltern, dass die so zischen und so. Einfach im Zischen des Lautes durch dringendes Geräusch. So, also das ist der Endlosbandfilter. Verrät Micha schon, wann er auf den Markt kommen wird. Micha, wann kommt er auf den Markt? Da hinten sitzt er. Also ich glaube, es kann nicht mehr lange dauern. Wie gesagt, bei mir läuft der jetzt eineinhalb Jahre. Wer Micha Rupp kennt, der weiß... Was würdest du persönlich sagen? Hat er Marktreife erreicht? Für mich absolut. Micha Rupp ist da natürlich auch speziell. Wir alles natürlich tausendmal getestet haben und geht auf Nummer sicher. Wirft nichts auf den Markt, was irgendwie noch nicht wirklich soweit ist. Und von daher, hier läuft er eineinhalb Jahre. Ich bin absolut top zufrieden damit. Und wir haben sicherlich am Anfang Kleinigkeiten geändert. Was bei jedem Filter, glaube ich, auch ganz normal ist. Ne, UV-Lampe ist da auch integriert schon? UV-Lampe haben wir jetzt hier drin nicht. Aber das ist möglich. Genau, das ist möglich wie bei jedem Fließfilter auch. Dann gibt es Partei-Anschlüsse vorne, wo man eine UV-Lampe oder auch eine Heizung einsetzen kann. Bei mir habe ich so viel Platz, um woanders unterzubringen. Aber im Endeffekt ist genug Platz hier drin. UV-Lampe, Heizung, alles ganz. Okay, jetzt geht das Wasser durch den Endlosbandfilter, durch den innenliegenden Biofilter, der ja für deine Anwendung mit Sicherheit nicht ausreichend ist. Wie geht dann das Wasser weiter? So. Aus dem Endlosbandfilter geht es praktisch in diese große Kammer rein. Das ist ein Becken mit, würde ich schätzen, eineinhalbtausend Liter. Dieses Becken, die nur aufs Auffangbecken im Endeffekt. Da drin sitzt eine 40.000er Pro Max. Die pumpt das Wasser. Achtung! Scheiße! Nein, nein! In einem überdimensionierten Bio-Reaktor. Und ich sage Ihnen eins, wenn Ihr Fildermaterial mal so die Färbung annimmt, ja, dann dürfen Sie sich ganz sicher sein, dann läuft Ihr Biofilter auf Hochführung. Das ist perfekt. Und davon haben wir natürlich genug. Also der Filter ist zweieinhalb Meter hoch. Komplett gefüllt mit Helix. Also daran soll das nicht mangeln. Okay. Dann das Wasser aus dem Bio-Reaktor geht wieder zurück in die Kammer. Das läuft praktisch nur einmal durch. Das ist nur ein Bypass angeschlossen. Genau, das ist nur ein Bypass. Okay. Vorgefiltertes Wasser aus dem Endluftbandfilter. Also es kommt kein Schmutz mehr dazu. Das ist schon vorgefiltert. Und den reinigst Du auch nicht so häufig, den Biofilter? Nein, den Biofilter habe ich jetzt seit einem Jahr am Laufen noch nicht gereinigt. Ich werde jetzt demnächst mal reinschauen. Ich habe einen Schmutzablass. Den mal aufmachen. Mal gucken, was rauskommt. Aber da dürfte nicht viel Schmutz dabei sein. Und da bin ich auch nicht zu pingelig. Okay. So. Ich gehe wieder zurück in die 1500-Leter-Kammer. Von da geht es dann ab in dieses Wunderstück der Technik. Also man kennt es schon seit, ich würde jetzt fast sagen Jahrhunderten. Da würde Martin nicht jetzt gleich bremsen. Aber in Japan, ich schwöre sie drauf, Bürstenfilter. So einfach wie es klingt, ist es auch. Überlauf, Bürstenfilter 1. Der ist dann zusammengeschlossen. Da läuft das Wasser quasi auch im Abteil von... Wie sagt man da eigentlich? Im Hoch? Upside down. Ja genau, Upside down. Aus der Schwerkraft läuft das Wasser hier rein. Ist dann mit dem zweiten Bürstenfilter gekoppelt. Wie oft machst Du die sauber, die Bürstenfilter? Ich habe die jetzt mal zwei Monate laufen. Dadurch, dass Endluftmachtfilter vorgeschaltet ist, reicht es alle zwei Monate. Sicherlich, wenn man keine Feinfilter oder Frau hat, muss man häufiger reinigen. Aber das ist eine Sache von zehn Minuten. Und die Bürsten bleiben drin bei der Reinigung? Die Bürsten bleiben drin. Man zieht es ein bisschen an. Mit dem Besen ein paar mal durch. Dann Schmutzhahn ziehen, noch einmal fluten, noch einmal durch. Und dann hat man den Picobello. Würdest Du einem solchen Filter zutrauen? Bei einer überschaubaren Käubesetzung, einen kleinen Teich zu filtern? Definitiv. Also das ist auf jeden Fall möglich. Wie gesagt, was jetzt hier steht, ist alles ein bisschen extrem. So muss es nicht sein. Ein bisschen extrem? Kleiner Teich. Kannst du den Satz noch einmal ohne bisschen sagen? Ein wenig. Nein, auch ohne. Das ist sehr extrem. Ja, genau. Aber kleiner Teich, weniger Fische, weniger Futter. Kann man natürlich auch mit Bürstenfiltern betreiben. Dann ist der Reinigungsaufwand natürlich ein bisschen höher. Die Kombination aus beiden ist für mich das Nonplusultra. Aber alleine funktioniert natürlich auch. Also einmal die Kombination mit den 500ern und den Bürstenfiltern gefahren, das war auch geiles Ergebnis. Ja, das ist natürlich das Nonplusultra. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass die Bürstenfilter nicht nur zur Reinigung vom Wasser da sind, sondern da natürlich auch extrem viel Biomasse dran ist. Also ich würde sogar behaupten, beim kleinen Teich würde das reichen ohne zusätzliche Biokamera. Das ist ja das Prinzip, wie man in Japan arbeitet. Man hat ja nur diese Bio. Korrekt. Für die Leute, die es ganz klar wollen, dann würde ich dazu raten. Ich sehe, du hast ja auch Bonsai. Bist du auch Bonsai-Liebhaber? Das passt gar nicht zu so einem langen Menschen. Sollte man nicht glauben, ja. Nee, nee, nee. Ich habe davon keine Ahnung und ich habe zum Glück einen jungen Mann, der sich damit auskennt, der die auch schneidet. Momentan sehen sie relativ unspektakulär aus, aber... Übrigens der junge Mann, der sich hier um die Bonsai kümmert, das ist ein herausragender Bonsai-Künstler. Da gibt es selber auch Lehrgänge und alles. Und wenn Sie hier irgendwo im Großraum Mannheim wohnen, um einen Kreis, sage ich mal 50, 60 Kilometer, und Sie suchen einen, der sich um Ihre Topf- oder Gartenbonsai kümmern soll, dann melden Sie sich bei uns. Wir geben Ihnen die Adresse gerne weiter. Der Typ ist richtig gut. Kann ich nur bestätigen, weil selber Bonsai schneiden da... Nee, bitte nicht. Das wäre genauso wie irgendwie an Fischen rumschnippeln. Da lasse ich die Finger weg, da gibt es Leute, die kennen sich damit aus. Eine Schuppe ziehen kriege ich vielleicht nochmal hin, aber alles andere überlasse ich den Spezialisten und beim Bonsai halte ich es genauso. Bei welcher Temperatur hast du die Fische jetzt überwindet? Die Fische waren bei Minimum 16 Grad, sind überwintert, ordentlich Frischwasser. Das ist eine Genesis-Heizung dran, 9 kW auf beiden Teichen. Im Winter habe ich auf den großen Teich nochmal zusätzlich 3 kW angeschlossen und konnte somit 16 Grad Minimum immer fahren. Jetzt fahre ich schon wieder langsam hoch und die Füttermängel wird höher. Der riesen Vorteil beim Durchheizen ist natürlich, dass die Biologie im Winter nicht wirklich absäuft, sondern die ist immer konstant am Arbeiten. Ich fütter immer dazu und von daher läuft mein System eigentlich das ganze Jahr, 12 Monate auf einem sehr hohen Level und ich habe nie Probleme. So, dann schauen wir uns natürlich auch mal deinen anderen Teich an. Übrigens bis Oli, oder bis wir uns kennengelernt haben, war Oli Shiro Utsuri Fan. Mittlerweile vergöttert er Karashigoi. Schauen Sie sich das an. Wenn Konishi im Sommer nach Japan kommen wird, wird es einer der ersten Gänge sein. Die zweitgrößte Population an Karashigoi außerhalb Japans, die größte hat unser Kunde Sven, der übrigens hier glaube ich schon 20 Karashigoi gekauft hat. Er hat einen 100.000 Liter Teich mit nur Boliden drin. Und bekanntlich, Sie wissen das ja, wenn Sie unsere Auktion verfolgen, dass Oli die auch immer wieder versteigert. Wird es nächstes Jahr auch wieder eine Karashigoi-Auktion geben? Definitiv. Wie viele? Sag eine Zahl. Wie viele reinkommen? Nein, wie viele rausgehen? 20. Wow. Also, 20 zweijährige Karashigoi, ich schätze 55 bis 70 Zentimeter, werden spätestens Mai, Juni zur Auktion stehen. Und da werden wir uns mit Sicherheit auch wieder irgendwas einfallen lassen. Aber nachher haben wir noch weibliche Kundschaft. So ein Abendessen mit Oli, ein Candlelight-Dinner. Ich lade ein. Er lädt ein. Also, wir sind gespannt. Kannst du die mal ein bisschen füttern? Ja. Wobei die werden relativ satt sein, wenn du... Der Baby ist hier unten, wenn man es sieht. Übrigens können Sie sich an diese Auktion erinnern, letztes Jahr. Ähm, die letzte Auktion, bevor ich nach Japan gegangen bin. Diese riesen Fische. Und da war dieser Kickoi dabei. Der wirkt jetzt leider auf der Kamera nicht so groß. Er wurde, glaube ich, mit 80 Zentimeter versteigert. Der müsste jetzt über den Winter mit Sicherheit nochmal 5 Zentimeter zugelegt haben. Sensationell. Also, Sie sehen hier auch das Wasser. Das ist wirklich mehr als kristallklar. Und dabei darf man nicht vergessen, das ist jetzt kein Teich, wo heute 100 Gramm Futter reingeflogen sind. Sondern wir schauen uns den Futterautomat an. Wenn der in der Dicke gefüllt wird, das ist der große, dann haben Sie da mal locker 1,5 Kilo Futter drauflegen. Und das brauchen die Jungs auch. Sonst treten die auch auf der Stelle. Weißt du schon das Verhältnis, Männlein, Weiblein? Ähm, also wir haben bestimmt, also Großteil Weibchen. Ich würde sagen, 70, 30, 65, 35. Vom Besuch her. Super. Wir werden es aber, wenn wir es fotografieren, werden wir es checken. Olli, wir danken dir. Geiler Einblick, den wir haben bekommen dürfen in deine Anlage. Das nächste Mal, wenn er dann zu Besuch kommt, dann sieht das noch ein bisschen strukturierter aus. So, und ich kann dir versprechen, deine Aussagen waren alle richtig. Du bist ein wirklicher Käufachmann. Ich mal dir nachher eine Urkunde und dann kriegst du noch eine Medaille. Ich habe zwei Bücher gelesen. Ich weiß nicht, wer die geschrieben hat. Aber da war irgendeiner, der hatte ein bisschen Ahnung von Käu. Oh, oh, oh. Sie sehen das nicht? Mir laufen gerade die Tränen runter. Ich bin hier rührt. Ich bin hier rührt. Es würde uns auch freuen, wenn noch ein paar Abonnenten dazukommen. Sie sehen, wir tun alles, um Ihnen von Hobby-Koi Informationen und außergewöhnliche Dinge näher zu bringen. Geben Sie uns ein bisschen was zurück. Liken Sie uns. Abonnieren Sie uns. Das bringt uns auch weiter. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Film. Oder nein, den haben Sie jetzt schon gesehen. Und bis morgen dann. Und bis morgen.